Was geht ab ihr Lieben und schön, dass ihr wieder am Start seid bei einer neuen Podcast-Episode. Von mir gibt es wie immer kurz und knackig die aktuellen Infos aus unserem Shop für euch und momentan könnt ihr euch einen Gratis-Männer-Hoodie abstauben. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst euren Warenkorb mit Produkten im Wert von 59 Euro füllen, dann den Hoodie in eure Größe in den Warenkorb packen und anschließend an der Kaste den Code Free Hoodie eingeben. Aktuell sind nur noch wenige Größen verfügbar, überwiegend Größe S. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Aktion als allererstes an unsere E-Mail-Newsletter-Abonnenten gegangen ist und die natürlich als erstes davon erfahren haben. Wenn ihr also in Zukunft nichts verpassen wollt, dann klickt unten in der Box auf den Link und tagt euch für den Newsletter ein und genau, dann bekommt ihr als allererstes Bescheid. Wer Inspirationen für seinen Warenkorb braucht, den kann ich nur noch daran erinnern, dass unser Way gerestockt wurde und ab sofort vorbestellt werden kann. Der Versand erfolgt aber voraussichtlich ab dem 6.04. Also checkt Garnikos-Original.de aus, füllt euren Warenkorb. Wer Größe S hat, sichert euch den Gratis-Hoodie. Und das war's von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Podcast und bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnikos-Podcasts. Heute zu Gast der liebe Mohamed Al-Baghdadi und damit ein IFBB-Pro und zugleich Teil unseres Athletenteams. Mo, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Du hast das richtige T-Shirt an, das werden die Leute auf YouTube jetzt sehen. Und herzlich willkommen im Garnikos-Podcast. Danke. Hi, Danny. Und hallo zusammen. Ich freue mich dabei zu sein und ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Also ich bin der Typ, der nicht so viel über sich oder sein Leben erzählt, aber diesmal also gerne. Also Bock habe ich drauf. Ja, ich freue mich auch. Wir werden heute definitiv eine etwas andere Geschichte zu hören bekommen. Ich sage es jetzt schon mal vorweg. Seid bitte nicht so kleinlich. Der Mo ist erst seit sieben oder acht Jahren hier in Deutschland und sein Deutsch ist deshalb selbstverständlich nicht auf einem Level mit Muttersprachlern. Das wird aber der Mo gleich alles selbst erzählen. Also seid nett, weil wenn irgendwas Böses in den Kommentaren zu sehen ist, dann werdet ihr böse. Ich bitte um Verständnis. Also ich bin zwei Jahre hier nicht geboren, aber zum Glück, also halt gar nicht gut Deutsch, aber nicht perfekt. Ich meine, die Sprache braucht man halt jahrelang, bis sie halt perfekt beherrschen kann. Du kannst dich verständigen, wir verstehen dich, ich verstehe dich. Dann lass uns anfangen mit der ersten und einfachen Frage, sagen wir mal schon. Wie alt bist du denn, Mo? Sprich, wann bist du geboren? Also ich bin geboren im Jahr 98, im Dezember, an Weihnachten. Das kann man nie vergessen oder verpassen. Am 26. Juni 98. Ich spreche 23 Jahre alt. Wo bist du geboren? Ist vielleicht auch eine wichtige Frage. Wo kommst du beziehungsweise wo kommen deine Eltern ursprünglich her? Das sind ja zwei Orte, die du jetzt nennen wirst. Du hast es mir im Vorgespräch schon gesagt. Richtig. Ja, also ich komme aus Syrien, aber ich bin in der Saudi-Arabien geboren, in der Riyadh. Genau, da bin ich geboren und bis vier Jahre alt sind wir dann zurück nach Syrien geflogen, beziehungsweise nach Damaskus, wo meine Eltern auch herkommen. Quasi, ich habe da auch angefangen mit Kindergarten. Also wie gesagt, ich bin in Saudi-Arabien geboren zwar, aber ich habe den syrischen Basen. Also ich komme aus Syrien und meine Eltern ursprünglich auch aus Syrien. Okay. Warum waren deine Eltern in Saudi-Arabien? Riyadh ist ja meines Wissens nach die Hauptstadt auch von Saudi-Arabien, oder? Richtig, richtig. Ja, also mein Vater arbeitet als Automechaniker. Mit diesem Job konnte er da richtig halt einen guten Job machen, viel Geld verdienen. Genau da konnte er halt das Ganze halt besser machen, damit er halt irgendwann heiraten. Und dann hat halt meine Mutter geheiratet, ohne dass er sie in echt sieht. Dann ist sie halt so im Gefahren. Ja, die haben halt über Bilder das gemacht damals, glaube ich. Und sein, also mein Oma, sprich seine Mutter, hat ihm erzählt halt, wie die halt aussieht. Und dann haben die halt sich geheiratet in Saudi-Arabien. Und gleich nach acht Monaten war meine Mutter Spanne und bin halt dort geboren. Warum sind deine Eltern dann wieder zurück nach Syrien? Warum sind sie nicht in Saudi-Arabien geblieben? Genau, also mein Vater hat, sein Ziel war nur da halt ein paar Jahre zu arbeiten, um Geld zusammen, damit er halt dann letztendlich in Syrien selbstständig sein kann und sein halt Geschäft als Automechaniker oder seinen Laden halt aufmachen kann und halt quasi der Chef. Und ja, so halt auch war der Plan und es hat eigentlich funktioniert bis zum, sag ich mal, bis zum Kriegbeginn. Da hat er seinen Laden auch verloren. Kannst du sagen, wie du in Syrien aufgewachsen bist? Sprich, wie war das mit dem Kindergarten, mit der Schule dort? Was hast du gerne gemacht? Was hast du nicht so gerne gemacht? Ja, also zuerst halt die Schulsystem bei uns ist ganz was anderes als hier. Sag ich mal, Kindergarten fast so gleich wie hier. Aber dann fängt es an mit erster bis sechster Klasse dann halt zuerst halt bei uns in dem Schulsystem musst du bestimmte Klamotten da tragen, musst du halt da waren wir noch gemischt. Mädchen mit Jungs oben. Aber eigentlich sag ich mal so, dass die Schule war fast genau wie hier, aber halt etwas schwerer Niveau. Also das war schwer. Also was ich gerne da gemacht habe in meiner Kindheit, also viel Fußball. Keine Ahnung, irgendwie man, also wird irgendwann so mit sieben, acht Jahren so halt mehr bewusst und irgendwie, also so wie jetzt mein Bruder geht gerne schwimmen, also ich fahre vor Fußball irgendwie und ich habe gerne Fußball gespielt und Fußball geguckt. Genau. Du hast mir gesagt, du hast auch Breakdance gemacht. Wann hast du damit angefangen? Genau, das war erst mit zwölf Jahren alt, hat es angefangen, bis 15 Jahre. Da habe ich Breakdance gemacht und da hat es halt mit den Jungs angefangen. Also nicht nur Breakdance, sondern halt viel gefeiert und viel Party gemacht und so weiter. Genau, aber Fußball war auch da drin und genau. Also zurück zu meiner Kinderheit. Das habe ich fast mit dem Krieg angefangen, also mit zwölf Jahren oder elf Jahren quasi hat der Krieg bei uns halt begonnen. 2011 und da musste ich mich einleben damit. Das war ja irgendwann halt nicht cool. Davor hat mir eigentlich nicht gefehlt. Es war immer Sicherheit und genau ab 2011 hat das Ganze angefangen. Aber trotzdem halt haben wir ja weiter Spaß gehabt mit etwas halt Sorgen halt. Aber das war so, dass man nicht weiß, ob er nach Hause zurückkommt oder nicht irgendwann. Wie viel hast du vom Krieg selbst mitbekommen? Wenn du damals elf Jahre alt warst, hast du das so verstanden, dass es wirklich Krieg war, dass es wirklich gefährlich war? Ja, klar, nicht so ernst genommen, wie mein Vater sich Sorgen gemacht hat, als ich unterwegs war. Aber es war halt schon krass heftig. Also ich erinnere mich, dass es plötzlich auf einmal so furchtbar geworden ist. Es hat mit einer großen Explosion angefangen und zwar hat da über 300 Leute da sind gestorben. Und davon kannte ich viele Bekannten, viele Freunde, viele Familien von meinen Freunden. Da sind die gestorben und da hat quasi der Horrorfilm angefangen. Und das hat sich dann wie lange gezogen, bis du gesagt hast, ich möchte nicht mehr in Syrien leben? War der Krieg auch ein Grund dafür, dass du quasi Syrien verlassen wolltest? Eigentlich nicht. Ich sage es dir, wie das Ganze gelaufen ist. Mit dem Krieg habe ich viel erlebt. Wir haben in Damaskus gewohnt, zwar aber in einem Dorf, 20 Kilo von Damaskus entfernt. Da ist es halt der Krieg so schlimm geworden, dass in einem Tag auf einmal kam die Freie Armee. Wir haben gegen die Armee gekämpft und da waren wir in der Mitte. Und da habe ich halt von weiter Panzer gesehen und Armee, die halt angreifen und Flugzeuge und dann mussten wir halt ins Keller. Das war halt richtig heftig zu sehen. Nach fünf Stunden im Keller geblieben, gehen wir wieder raus. Fast drei Gebäude und unsere Straßen waren halt komplett zerstört auf dem Boden und das war schon heftig. Dann hatten wir Glück abzuhauen in Damaskus halt da, wo meine Oma wohnt. Oma und Opa, die leben immer noch bis heutzutage, Gott sei Dank. Und wir sind halt quasi bei denen angezogen und da war halt Sicherheit. Da war nicht dieser heftige Krieg. Also da war Sicherheit und da bin ich dann halt mit zwölf Jahren in der Damaskus City angezogen. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr in einem Haus gelebt oder waren das Wohnungen? Ist das vergleichbar mit Deutschland? Weil du sagst Keller, waren das alleinstehende Häuser oder größere Wohnblocks? Primär bei uns halt Blocker. Also da mindestens vier Stöcke oder fünf Stöcke in einem Block. Und wie gesagt, dann sind wir in der Damaskus halt in der Mitte Stadt, da wo meine Oma wohnt. Dann haben wir da weitergelebt bei denen und danach halt haben wir dann nach zwei Monaten gehört, dass unser Haus in dem Dorf plus den Laden, den mein Vater halt gekauft hat nach den ganzen Jahren und Saudi-Arabien, wo das ganze Geld gesammelt hat, das ganze verloren hat. Quasi halt, der hat nichts. Aber wir waren halt froh, dass wir halt am Leben waren. Ich meine halt, Seele halt kannst du nicht mit Geld wieder kaufen oder holen. Aber Metall oder Wohnungen oder Steine kannst du wieder bauen. Wie kann man das vergleichen, wenn du jetzt in Deutschland lebst und in Syrien lebst? Sowohl mit Krieg als auch ohne Krieg. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede, die du jetzt bemerkt hast? Zwischen Deutschland und Syrien, meinst du? Ja, genau. Welche Seite? Wenn du mal überlegst, als der Krieg noch nicht da war und du vergleichst das mit dem deutschen Leben hier, was sind die Unterschiede? Also zuerst kannst du gar nichts vergleichen, aber dass du ungefähr halt weißt, wie das dann halt aussieht, kann ich dir sagen, kannst du Türkei und Deutschland vergleichen. Okay. Also wir, Türkei und Syrien waren eine Grenze. Wir hatten auch gleiche Kultur. Wir hatten genauso viel, also genauso bei uns gewesen. Das Ding ist, Syrien ist nicht so reiches Land wie in Deutschland. Die ganzen Systeme und Regeln da sind auch ganz anders. Da wirst du halt unterstützt. Da kannst du eigentlich jeden Job, den du halt gerne lernen möchtest, kannst du es hier lernen. Bei uns halt musst du etwas früher entscheiden, halt mit der Schule, was willst du werden. Und irgendwann musst du selbst dann Taschengeld holen. Es gibt keine Hilfe oder Unterstützung, sag ich mal, wie hier, dass du bis zum Student oder bis zum Schulabschluss fertig bist und halt bereit zu arbeiten. Genau, da musst du halt etwas früher mit der Arbeit anfangen, um ein bisschen Taschengeld zu holen. Oder halt, wenn du halt eine Familie hast, die doch noch Geld ausgeben für dich, dass du weiterlehnst. Genau, für mich halt das große Unterschied, dass hier, war das, also ich habe hier nicht so viele Unterschiede gemerkt, das mit, das, das, das Ding hat mir nicht viel gefällt, Gott sei Dank. Also wie gesagt, wir waren halt mit der Stadt in Damaskus, quasi da hatte ich genug Freunde, da hatte ich auch mal Spaß, weiß ich ganz noch, hatte ich viele Freunde gehabt. Und das Ganze war auch sehr schön, das Leben hat es einen Geschmack quasi für mich gehabt. Hier, es gibt überall Vor- und Nachteile. Hier finde ich, das Gute ist halt, wenn du ein Ziel hast, dann kannst du dran arbeiten und kommst du irgendwann. Also wirst du das erreichen. In Syrien ist es primär schwer, dadurch, dass du halt mit dem Geldproblem hast oder zu viel arbeiten musst. Das ist ja, also, so wie du jetzt siehst, ich habe ja mit Bodybuilding eigentlich hier angefangen. Genau, und hätte ich das in Syrien angefangen, glaube ich, dass ich nicht so weiterkomme oder so eine Brokkart hinter mir stehen würde. Ja, du hast gesagt, Syrien ist nicht ganz so reich wie beispielsweise jetzt die Türkei. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, du schickst regelmäßig Geld nach Syrien. Kannst du mal sagen, mit wie viel Geld man in Syrien gut leben kann? Also wie viele Euros musst du deiner Familie rüberschicken, dass die sehr gut auskommen dort? Um den Vergleich mal zu haben. Ja, ja gut, also natürlich kommt drauf an, ob du Kinder hast oder nicht. Kommt drauf an, halt, ob du ein Auto hast oder nicht. Aber ich sage es mal so, ein gutes Leben, dass dir nichts fehlt. Pro Monat brauchst du zwei bis 300 Euro, dann hast du alles. Als Familie schon oder als alleine stehende Person? Als Familie mit zwei, drei Kindern kannst du mit 300 Euro leben. Okay, machen wir es mal einfacher. Angenommen, du würdest jetzt wieder nach Syrien gehen. Wie viel Geld würdest du brauchen, um dasselbe zu haben wie in Deutschland als einzelne Person? Okay, als Bodybuilder quasi. Ja, oder auch ein normaler Mensch vielleicht auch. 100 Euro müssten dann fast schon ausreichen für einen Monat. Richtig. Ja, okay. Oh, mit 100 Euro werde ich wie ein König da leben, ja. Ja, okay. Mit welcher Währung bezahlt man in Syrien? Lehrer. Lehrer, okay. Ja. Aber das ist nicht das gleiche Lehrer, wie in der Türkei ist, sondern auch Lehrer, aber andere Geld. Kannst du nochmal sagen, mit wie vielen Jahren du nach Deutschland gekommen bist? Du bist jetzt sieben oder acht Jahre da, die Leute könnten sich das eigentlich ausrechnen, aber in welchem Jahr, mit wie vielen Jahren hast du die Flucht, kann man ja fast schon sagen, angetreten? Ja, also mit 15 Jahren. Im Oktober, da war ich 15 Jahre alt, habe Syrien verlassen. Du warst ganz alleine, hast du mir gesagt. Ja, zum Glück, im Flughafen in der Türkei habe ich ein paar Bekannte aus Syrien getroffen. Die waren halt zum Glück auch Erwachsene und mit dem habe ich quasi die Reise weitergemacht. Aber alleine, also mein Vater, meine Mutter, mein kleiner Bruder sind wir hingefahren zum Flughafen und dann Ciao gesagt und in der Flugzeug alleine gesessen. Okay, und du bist nie wieder nach Syrien zurückgegangen seitdem? Seitdem leider nicht. Ich darf auch jetzt nicht, ich muss halt drauf arbeiten. Das Ding ist bei uns, wir haben halt mit 18 Jahren, wenn du nicht in der Schule bist oder nicht weiterlehnst, hast du die Verpflichtung in die Armee zu gehen. Also als Soldat mit 18 Jahren. Oder du zahlst das weg, dann bist du quasi ein freier Mann. Und dann wurde ich halt 18 Jahre und das habe ich noch nicht bezahlt. Das ist halt ungefähr bis zum 7.000, 8.000 Euro, um das wegzuzahlen. Und ja, wie gesagt, seitdem mit 15 also halt weggeflogen und bis jetzt halt sehe ich meine Familie nur beim Fest ein. Okay, aber das ist schon sehr, sehr viel Geld, wenn du sagst 7.000 oder 8.000 Euro. Wenn ich jetzt überlege, du kannst einen Monat als alleinstehende Person mit 100 Euro leben und du musst 7.000, 8.000 Euro bezahlen, um aus dem Militär quasi auszutreten. Das ist schon sehr viel, oder? Ja, weil es halt eine Verpflichtung ist für jede Syrer. Eigentlich Verpflichtung ist, solange du dann halt zwei Brüder seid in der Familie. Wenn ich jetzt ein einzelnes Kind von meiner Familie, dann muss ich das nicht. Okay. Genau. Ja, aber wenn du jetzt in Ägypten zum Beispiel da guckst, da zahlst du bis 20.000 Euro, um das wegzuzahlen. Mhm. Genau. Ist wahrscheinlich auch absichtlich, dass es wenige Leute machen, oder? Ja. Ja, es ist viel Geld, aber du zahlst zweieinhalb Jahre von deinem Zeit oder von deinem Leben nicht in der Armee zu sein. Das sind gute zwei Jahre. Und da jetzt mit dem Krieg musst du halt wahrscheinlich auch kämpfen. Mhm. Früher war eigentlich gut, dass man hat bei uns halt so gedacht oder gesagt, wenn du halt 18 Jahre alt bist und in der Armee bist, dann kommst du halt nach zwei Jahren und bist ein richtiger Mann. Da wirst du richtig gut erzogen. Das ist anders erzogen wie Baba und Mama. Und genau, es war eigentlich anstrengend, aber nicht gefährlich. Aber dadurch, dass es Krieg ist und in der Armee geht, dann hast du auch noch Verpflichtungen, mitzukämpfen. Mhm. Hast du vor, das zu bezahlen, dass du irgendwann nicht mehr ins Militär musst, irgendwann? Ja, ja. Eigentlich, ich wollte das letztes Jahr machen, aber dadurch, dass ich dann doch einen Wettkampf gemacht habe oder mehrere, dann vergess es, dann bin ich wieder bei Minus. Mhm. Gab es die Überlegung, dass auch Teile deiner Familie mit nach Deutschland kommen außer dir? Eigentlich war der Plan so, dass ich dadurch jetzt minderjährig nach Deutschland geflogen bin. Da gab es das Recht, dadurch hast du jetzt minderjährig, dann hast du das Recht, Familienachtzug heißt das, dass du deine Familie hierher bringst, weil du halt unter 18 bist, bist du alleine. Und ja, dann hast du das Recht, dass du deine Familie hierher bringst. Aber leider, also halt mit 15, 16 Jahren, 17, 18 jetzt habe ich dann halt einen Aufenthalt bekommen. Und dann, um das zu machen, musstest du halt einen Aufenthalt haben. Aber mein Aufenthalt hat zwei Jahre gedauert, bis ich einen richtigen Ausweis hier in Deutschland habe. Und dann habe ich das verpasst. Mhm. Okay. Genau. Dann halt quasi Plan geändert, dass doch meine Familie nicht hierher kommen konnten. Und dass ich irgendwann das Geld sammle und ich zahle die Verpflichtung weg. Dann kann ich dann die besuchen. Mhm. Kannst du beschreiben, wie der Weg nach Deutschland war? Du hast schon von Flugzeug gesprochen, aber das war nicht die einzige Art, wie du hierher kommen bist, oder? Nein, natürlich nicht. Geil wäre. Flugzeug habe ich gesehen, nur eine halbe Stunde. Es war von Damaskus nach Izmir, also nach Türkei. Okay. Da saß ich halt 40 Minuten, aber das war es mit dem Flugzeug. In Izmir hat es so angefangen, oder in der Türkei, dass ich da gelandet und nach einer halben Stunde wurde auch noch meine Tasche geklaut. Mhm. Zum Glück hatte ich das Geld in meinen, also dabei, in meine Hose. Das hat mich halt sehr getroffen, weil in der Türkei halt viele Sachen von meiner Freunde und Familie als Erinnerung mir gegeben haben. Und das war wirklich halt, ja, da hat es angefangen. Und da weiß ich noch, dann habe ich meine Mutter angerufen. Wie gesagt, ich will zurück. Was habe ich, ja, was habe ich gemacht? Also, ja, und wie gesagt, zum Glück, da habe ich dann Bekannten getroffen. Die sind Freunde von meinem Onkel. Die sind halt 25 Jahre, bis 30 Jahre waren welche dabei. Er hat Erwachsene genug Reif, dass die mich beschützen. Und dann sind wir einen Tag da im Hotel übernachtet. Und gleich am nächsten Tag um 5 Uhr morgens mussten wir am Strand mit einem kleinen Boot über das Meer nach Griechland. Mhm. Also, da waren wir dann 30 Personen. Da haben wir halt, äh, das ganze Ignoration macht, äh, der türkische, äh, da sind Türken, die da arbeiten quasi. Du gibst die 2.000 Dollar, dann die besorgen dir ein, äh, Boot, besorgen dir Sicherheit, dass du ins Strandpunkt kommst und, äh, du steigst ein und dann tschüss, das war's. Also, ein von uns muss auch den Boot fahren. Okay. Und da, da ist viel, viel schlimmer. Also, da wurden viele ertrunken und gestorben dadurch. Also, entweder halt, äh, der Motor war nicht genug getankt oder der Motor ist, äh, defekt mit dem Strand und dann halt geht es schnell. Und von Türkei nach Griechland, wie gesagt, da waren 30 Personen, davon waren auch äh, Familien und kleine Kinder. Äh, äh, in einem Boot aus Gumi und, äh, sind wir drei Stunden von Türkei nach Griechland im Wasser halt, äh, und da war für mich eigentlich der schlimmste Moment, also, da dachte ich halt, äh, das war's, weil nach eineinhalb Stunden der Motor ist es ausgegangen, die haben es zwei, dreimal versucht anzumachen, äh, es ging auch nicht. Alle haben sich so geguckt, das war sehr dunkel noch. Äh, der Moment ist unbeschreiblich, kannst du nicht, also, kannst dir nicht vorstellen, wie wenn du da sitzt, mit mir, du, du, du siehst gar nichts, außer, du hörst das Wasser, du hörst, und du siehst in einem Moment alles, was du in deinem Leben halt erlebt, weißt du, denkst, es ist ja soweit, ist der Motor drei, vier, fünf Mal, der geht nicht wieder an, äh, obwohl ja, die nehmen genug Geld dafür, dass sie uns halt ein kleines Boot besorgen, um diese zwei, drei Stunden, um zu erleben, um zu erleben. Und dann hat uns das Meer halt, mal rechts, mal links halt genommen, und, äh, wir haben die Kontrolle verloren, und manche haben angefangen zu heulen, und da lag ich auf dem Boot halt, und ich weiß noch, dass ich gar nicht, also, und der Motor ging es doch an. Aber du konntest in einem Gang, erster Gang quasi, zweiter Gang, dritter Gang, also, wenn du beim dritten Gang bist, du dann schneller, zweiter Gang, dann sind wir mit einem Gang nach Griechland weiter. Das war dann noch langsamer, noch mehr Zeit, noch mehr denken, noch mehr Angst. Äh, äh, genau, und irgendwann, irgendwann, dann warten dann auf uns, äh, halt, äh, Boote aus Griechland, quasi die Polizei, oder, die, die wissen, das, da war in der Zeit halt, viele sind, äh, über das Meer halt, äh, gefahren, und wussten dann irgendwann, dass welche kommen, um uns zu retten. Und dann, als wir das gesehen haben, haben wir halt von Freude geweint, dann haben wir den Tod halt quasi, ja, verpasst, oder nicht gesehen, und dann am Strand waren wir, und da war, also weiß ich ganz genau, dass ich neues Leben gesehen habe, oder, neues Schicksal für mich. Und dann habe ich, also, mich sofort bei meinen Eltern, also gemeldet, dass ich überlebt habe. Wie lange hat die Reise gedauert? Also, nach, also, mit dem Boot, also, von, mit dem Boot insgesamt, dann waren wir vier Stunden. Okay. Vier Stunden auf der Nerv, und, genau. Gleich dann, Freude war zu Ende, und, äh, habe ich angefangen zu zittern. Und da weiß ich ganz genau, dass ich keine Klamotten dabei hatte, dadurch schon meine Tasche geklaut ist, und meine Klamotten klatschnass waren, und es war minus zwei oder minus eins. Äh, und dann habe ich gar nicht mehr gespürt, und dann lag ich auf dem Boden, hab nur gezittert. Und, irgendwie, also, zum Glück dann halt, äh, wie gesagt, da hatte ich einen Jungs dabei, und, äh, hatte seine Jacke ausgezogen, hat er auf mich geworfen. Und, äh, und da mussten wir da übernachten, damit am nächsten Tag, wenn es hell wird, die Reise weitergeht. Und, äh, genau, dann von Griechenland sind wir mit dem Boot. Haben aber alle die Reise überlebt? Ja. In dem Boot? Ja, wir sind, äh, wir sind drei Boote von Türkei gefahren, zwei sind angekommen, der dritte weiß keiner, wo der ist, oder wo der gelandet ist, oder überhaupt, wenn er obergekommen ist. Mhm, okay. Da waren drei Boote, und, äh, die drei waren voll mit Menschen und Familien, und, äh, wir haben nur das zweite Boot dann nach halben Stunde gesehen, dass er angekommen ist, aber der dritte kam die ganze Nacht. Mhm, okay. Genau. Und dann ging es weiter, also ging die Reise weiter, nach, äh, in der Hauptstadt von Griechenland, dann haben wir da ein Schiff genommen, der hat uns, äh, nach, äh, nach Macdonia gebracht, von Macdonia sind wir mit dem Fuß nochmal zehn Stunden, äh, gelaufen, bis irgendwo auch in Macdonia, da haben wir nochmal übernachtet, es hat nur geregnet, es war halt Winterzeit, äh, das Ganze hat halt 13 Tage gedauert, ein Land von den anderen, irgendwann sind wir dann in Österreich angekommen, und dann, Entweder haben die halt, äh, manche in Österreich geblieben, oder, weiter nach Deutschland, oder nach Holland, oder nach Schweden, je nachdem, wo das Ziel ist. Mhm. Du bist dann nach Deutschland gekommen? Genau, weil, äh, vor mir, halt ein Kumpel von mir nach Deutschland hier, also, gekommen, und ich wollte unbedingt zu ihm. Mhm. In welcher Stadt war das dann? Der war in Frankfurt, nach, dann nach Darmstadt, äh, ich sollte einfach nach Frankfurt Bahnhof, äh, weiterreisen, dann hat er mich geholt, und sind wir nach Darmstadt, also in Hessen, äh, gefahren, und, äh, genau, dann hab ich da mich übergeben, oder, oder halt gesagt, hallo, ich brauche Hilfe. Mhm. Mhm, genau. Bist du immer noch in Darmstadt jetzt? Ich hab da vier Jahre gelebt, oder gewohnt, und, äh, jetzt, ich wohne in Groß-Gerau, also, 15 Kilo von Darmstadt. Mhm. Mhm. Groß-Gerau ist, äh, hier auch in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Dein Freund war mit einer der Gründe, glaube ich, warum du damals Syrien verlassen wolltest. Das ist dein bester Freund, der von den einen auf den anderen Tag Syrien verlassen hat, oder? Ja, also, in diesen Zeiten, damals war er ja mein bester Freund, und, äh, da sogar hab ich hier seinen Namen, Astatou, das hab ich mit, mit 13 gemacht, und, äh. Wie heißt der? Ja. Abud. Ja. Ja, das ist sein Spitzname. Äh, genau, und, äh, dann ist er vor mir nach Deutschland, äh, weggegangen, und, äh, ich wollte immer noch nicht Syrien verlassen. Äh, wie gesagt, also, ich hatte eigentlich alles. Äh, mir hat nichts gefehlt. Eigentlich mit 15 Jahren kannst du nicht viel denken, wie wenn du 18 oder 20 da bist, du reifer im Kopf. Äh, äh, ich hab viel gefeiert, ich hab eigentlich nur Scheiße gemacht, und dann hab ich da gesehen, dass es keine Zukunft da ist, und, äh, wollte ich dann halt alles ändern. Dachte ich, okay, dann halt, äh, willkommen to Germany. Mhm. Wie bist du aufgenommen worden in Deutschland? Hattest du auch Probleme? Auch mit Einheimischen, also mit Deutschen? Zum Glück nicht, dadurch ist halt, äh, dass ich nicht so Araber aussah, ich hatte lange Haare, ich sah ein bisschen blonder noch als jetzt aus, äh, ich konnte mich gut einmischen mit denen, und, äh, gleich halt viele Freunde gemacht und gehabt, äh, primär halt von den Ausländern, die in Deutschland sind, sag ich mal so, ja. Mhm. Wo hast du da am Anfang gelebt? In einem Asylheim? Ja, da zwei Monate in einem Asylheim, äh, und dann, äh, ein Jahr lang im Hotel. Mhm, okay. Und dann, äh, mit meinem Kumpel in der eigenen Wohnung. Mhm, okay. Wie schwer ist es dir gefallen, Deutsch zu lernen, und was hat dir dabei geholfen? Am Anfang dachte ich, ich werde die Sprache nie sprechen können. Also, äh, ja, ich hab immer so mich gefragt, wieso sprich dir kein Englisch? Es wäre halt, äh, schöner. Aber, nach vier Monaten, äh, dann war ich in einer Beziehung, die war auch ein Deutscher, und, äh, da haben wir halt, äh, viel Englisch und dann irgendwann nur Deutsch. Natürlich plus, äh, Deutschkurs, also halt in der Schule gegangen, da hab ich mit A1 angefangen, dann A2, B1, dann B2 gemacht. Also, äh, also lernen, musst du selber auch lernen, und viel reden. Also, mit meiner Freundin, dann hab ich da, oder mit meiner ex-Freundin, hab ich da viel geredet, und, äh, da hatte ich irgendwann halt dadurch, dass ich minderjährig war, ein genannter Betreuer, der halt auf mich, äh, aufpasst und mein Taschengeld gibt, und, äh, ja, und, äh. Und, äh, mit dem musste ich auch Deutsch reden, und, äh, genau, und so weiter. Also, mit der Zeit halt, äh, hab ich das geschafft. Mhm, du hattest aber nicht so viele arabische Freunde, hast du gesagt, oder? Also, es war ein Vorteil, dass du dir eher deutsche Leute gesucht hast, mit denen du Deutsch reden musstest. Genau, also, äh, ja, also irgendwie, ich wollte keinem mehr, weil in Syrien, wie gesagt, äh, ich hatte genug. Und, äh, ich hab hier gemerkt, dann am Anfang, dass ich gleich weiter genau wie in Syrien machen würde, wenn ich jetzt mit dem Araber abhänge. Und ich wollte diesen Weg komplett ändern, also, ich wollte einfach, äh, ganz anderes Leben haben. Mhm. Genau. Welche Schule hast du gemacht in Syrien, und was hast du dann in Deutschland nochmal nachgeholt? Du hast einen relativ schwierigen Weg dann gehabt, weil du versucht hast, das anerkennen zu lassen, aber in Deutschland wurde das, was du in Syrien gemacht hast, hast du jetzt nicht anerkannt, oder? Leider nicht, also, ich hab in Syrien bis zur 1. Klasse gelernt, äh, Abitur, aber nicht zu Ende gemacht. Äh, äh, ich hasst, ich hab Schule gehasst, aber ich musste halt, wie jedem anderen Kind, äh, und zum Glück, ich bin nie sitzen geblieben irgendwo. Bis zum 12. Klasse, da hatte ich, äh, Realschule hinter mir gehabt und fast ein Abitur. Mhm. Äh, äh, in Deutschland wurde gar nichts davon anerkannt, außer Hauptschule. Dann hab ich hier, wie gesagt, halt, äh, muss ich fast 3, 1, 2 Jahre die deutsche Sprache lernen, wie gesagt, A1 bis B2, und dann irgendwann, äh, bräuchte ich, äh, irgen, irgendwas, um, äh, eine Ausbildung zu machen zu können. Äh, quasi halt in deutschen Zeugnisse. Dann musste ich halt die qualifizierte Hauptschuleabschluss auch machen, die hat mir auch ein Jahr gekostet. Äh, die hab ich zum Glück geschafft und danach hab ich den zweijährigen Berufsschule gemacht, aber nicht zu Ende. Ich hab davon nur ein Jahr gemacht und dann war ich halt im Bodybuilding verlebt und ich hab dann nichts gemacht, außer Training. Mhm. Welchen Job machst du jetzt gerade? Du hast die Trainerlizenz gemacht. Oder? Ich hab ja dann auch die Trainerlizenz gemacht und, äh, ich hab seitdem auch im Fitnessstudio gearbeitet, als Fitnesstrainer und Kraft, also Theke. Mhm. Ja. Mhm. Kannst du sagen, Ja. Kannst du sagen, wann und wie das Bodybuilding in dein Leben gekommen ist? War das noch in Syrien oder erst in Deutschland hier? Also Bodybuilding werde ich es nicht nennen, äh, sondern trainieren. Prima. Mhm. Am Anfang, ja. Äh, äh, mit Bodybuilding ist was anderes, wie wenn man halt ins Fitnessstudio geht, um Arme zu haben oder dicken Brust. Wann bist du ins Fitnessstudio gegangen zum ersten Mal? Genau. Dann die Frage. Ja. Äh, äh, ins Fitnessstudio bin ich sogar in Syrien sehr gerne hingegangen. Ich fand es eigentlich, also zum, ich weiß ganz genau, wann ich zum ersten Mal ins Fitnessstudio reingegangen bin, und zwar mit zwölf Jahren. Äh, da hab ich nur einmal trainiert oder trainieren konnte. Äh, ich hab dann im Sommer nach der Schule als Frisur gearbeitet. Mhm. Ja. Ja. Dann hab ich, dann hab ich, weiß ich noch, dass ich 50 Lehrer verdient habe. Das ist in Cent, 20 Cent. In dieser 50 Lehrer hab ich einen Tagesgarten im Fitnessstudio gekauft. Ich wollte gerade fragen, was kostet ein Fitnessstudio in Syrien? Äh, äh, und dann, äh, ich, ja, ich, der, der Chef im Frisurladen hatte halt dicke Arme gehabt, der hatte immer, ja, gebombt und, äh, fand ich das halt geil. Also, ich dachte, ich will auch. Ich hab dann, äh, mein Taschengeld bekommen, nach einem Monat gearbeitet. Ich hab, äh, Fitnessstudio gegeben, der meinte, ich bin zu klein, aber ich darf. Okay. Ich bin dann halt reingegangen und ich weiß ganz genau, dass ich mindestens eine halbe Stunde an der Butterfly-Maschine geblieben, weil, da hat's mir einfach so Spaß gemacht und irgendwie dann halt, äh, bin so rausgelaufen, so nach Hause. Das war das erste Mal und, äh, irgendwann mit 14, äh, da war der Fitnessstudio eigentlich sehr in der Nähe von unserer Wohnung und dann bin ich halt mit dem, das zählt auch nicht als Bodybuilding, wie gesagt, Training, da weiß ich noch, dass ich mit dem Flipflop und einem Handtuch, äh, ja, hingegangen und, äh, alles Mögliche gemacht, äh, irgendwie trotzdem meine Unterhaltung, der Arm wurde dicker und, äh, ich hab's halt gemocht und dann bin ich nach Hause zurückgegangen und hab mir irgendeine Bohnendose aufgemacht und mit dem Lufel halt angefangen zu essen und, äh, hab immer den Kostag gefragt, was man, was man halt alles essen muss, er sagte halt, alles, was du siehst. Und, äh, und dann bin ich nach Hause gegangen jedes Mal und, äh, da eine Bohnendose, nach halben Stunde nehm ich eine Banane, meine Mutter so an, dann nach einer Stunde geh ich, mach ich mir, mach ich mir ein Brot mit Käse, er guckt ihn nochmal an, was ist mit dem los? Dann hab ich gemerkt, dass irgendwann, das ist Minus von meinen Geschwistern und meiner Familie, das, das Ganze ist, ne? Dann hab ich es doch weniger gemacht, primär war ich beschäftigt mit Freunden, mit Scheiße zu machen, mit Feiern, mit, äh, mit, äh, Beziehung einer nach dem anderen, mit, äh, das ist mein Mädchen, doch dein Mädchen, dann Schlägerei und, äh, dann mit, äh, es war so halt damals und, äh, ja, und war ganz, mit ganz was anderes beschäftigt und dann hier in Deutschland, äh, wollte ich sofort in einem Fitnessstudio mich anmelden, aber ich durfte doch nicht dadurch, dass ich keinen Aufenthalt habe, außer McFitt, der ja gesagt hat, ja, da hatte ich in sechs Monaten Ausweis gehabt erst mal und mit McFitt ging es. Äh, äh, dann, da ging es los, also. Warst jeden Tag in McFitt wahrscheinlich, oder? Hä? Warst wahrscheinlich jeden Tag in McFitt damals. Ja, ja, also, und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich hab trotzdem weiter hier in Deutschland, äh, in einem Verein Fußball gespielt und da war ich unzufrieden mit meinem Bauch und mit meinen Beinen. Und dann dachte ich, okay, jetzt im Fitnessstudio kann ich die verbessern und, äh, weiter Fußball spielen. Dann irgendwie, nach einem Jahr hab ich gemerkt, dass ich halt besser noch aussehe und von Fußball halt doch keine Chance habe. Ich, es hat mir doch irgendwas gefällt, um Profi-Fußballer zu werden. Das hab ich noch, also, es war mir bewusst, es ist doch Fußball, nicht für mich, sondern gucke ich halt Fußball, aber im Fitnessstudio, dann war ich irgendwann konzentrierter. Und dann, äh, hab ich immer gelesen und geguckt und, äh, gemacht und probiert. Es hat mal funktioniert, mal nicht. Äh, dann hab ich halt da jemanden kennengelernt, der mir halt, äh, der ist bis heutzutage halt ein guter Freund von mir aus Ägypten. An dieser Stelle, liebe Grüße an der Mu. Da ist auch Muhammad Alim. Äh, der hat mir gezeigt, er hat halt meinen Kniebeuge gemacht und die richtige Ausführung, Kreuzheben, da wurde halt etwas ernst. Und, äh, dann war ich halt sehr verliebt und ich hab alles, also, gemacht. Also, und dann irgendwann hab ich gemerkt, dass das Training sehr gut getan hat. Primär, dass ich halt, als ich meine Familie vermisst habe, äh, bin ich hingegangen, hab ich das ganze Energie rausgelassen. Dann tat es gut. Und somit hab ich immer das ganze Energie da rausgelassen im Gedanken, ich will meine Mutter stolz machen. Mhm. Und bei jedem einzigen, also Wiederholung weiß ich noch, als ich noch weitergemacht und weitergemacht und ich wollte reden und ich wollte meine Mutter stolz machen. Und ich wurde dann immer stärker und, äh, jeder hat geguckt halt, wie ein Jahr nach dem anderen halt ganz anders ausgesehen hat. Mhm. Kannst du dich erinnern, als du damals das erste Mal ins McFit reingekommen bist und, äh, wie war der Vergleich zu dem Fitnessstudio, das du kanntest aus Syrien? Wie kommst du auf diese Frage? Ja. Ich versuche zu verstehen immer, wie war die Lage in Syrien? Du sagst, dir hat es dann nichts gefehlt, eigentlich war alles sehr ähnlich. Wie war das Fitnessstudio in Syrien? War das wirklich gut ausgestattet im Vergleich zu einem McFit? Weil es ist ja schon sehr standardisiert und es gibt in dem McFit gibt es heutzutage alles. Es ist ein super Studio. Ja. Ich sag's dir mal so. In Syrien konntest du wirklich dich wie in Miami oder irgendwo fühlen, aber du brauchst halt Geld. Ja. Wenn du brauchst Geld, ja, dann bist du, dann hast du ein gutes Fitnessstudio, aber da halt zahlst du halt, ja, also einen höheren Beitrag. Ja. In meinem Fitnessstudio, wo ich trainiert habe, da brauchst du dich nicht zu bezahlen, ja. Ich hab nur einen Monat bezahlt und durfte ich acht Monate trainieren. Das ist was anderes, aber wenn ich jetzt halt mehr Sterne suche, vier, fünf Sterne und in einen richtigen Fitnessstudio gehe, wo auch Sauna und Solarium und so weiter geht, da muss ich halt viel Geld bezahlen. Ja. Das hab ich halt gelassen halt. Für mich halt war Hauptsache Metall, Hauptsache Kutzhandel und genau, Hauptsache Eisen und das war primär geil. Da bin ich hingegangen. Ich weiß, wie sehr gestunken es hat und ich weiß, dass halt keiner Handtuch hatte und das war halt ganz was anderes. Aber dann bei meinem Freund, der sich in einem schönen Fitnessstudio angemeldet hat, hab ihn besucht damals und durfte ich mit ihm rein, dann hab ich, wow, ganz was anderes gesehen. Ich saß so auf einer Bauchmaschine, ich dachte, wie geht das? Also, wie bewegt sich dieses Gerät? Es war cool. Bei mir gäbe es die nicht. Genau. Und im McFit halt oder hier in Deutschland nicht nur Fitnessstudio, sondern viele Sachen sind anders. Aber wie gesagt, in Syrien musst du halt gucken, willst du im Dorf leben oder willst du Richtung Stadt oder wo halt, wie gesagt, mit 200, 300 Euro kannst du gut leben. Das heißt, konntest du fast alles haben. Gibt es in Syrien eine Bodybuilding-Kultur? Also, gibt es dort richtige Bodybuilding-Fans? Deutschland ist vielleicht nicht der beste Vergleich. Wir sind jetzt auch nicht so in einer Riesen-Community. Wie ist es in Syrien? Du hast gesagt, der Friseur damals, der hatte dicke Arme. War das einer von den Bodybuilding-Fans wahrscheinlich, oder? Ja, also, trotzdem finde ich in Deutschland halt viel mehr als Bodybuilding-Kultur viel mehr als in Syrien. Sogar die hessische Meisterschaft hat so eine Veranstaltung, sowas gab es in Syrien nicht. Primär so in billigen Hallen oder so. Also, dadurch, dass die Athleten dort sich nicht so gut leisten konnten, dass die Stoff plus Essen plus Leben plus Heiraten und Kinder, die haben es nicht in der Reihe gekriegt, aber die haben halt trotzdem da, da gibt es bis heutzutage einen syrischen Bodybuilding-Verein und Verband und die Wettkämpfe halt brauchst du da nicht zu gucken. Aber, genau, beim offenen Klasse konntest du ein bisschen gucken, aber die, glaube ich, sind bis 80 Kilo. Okay. Guckt dort jemand im Mr. Olympia an in Syrien? Also, verfolgen die Leute das? Ja, also, das Ding ist, wie gesagt, mit finanziell können die das sich nicht leisten, aber gucken und feiern und folgen, machen die das. Also, also, die wissen was, oder die gucken gerne nach Big Rami, gucken nach dem arabischen Bodybuilder so gerne und die unterstützen, die träumen halt so viel, aber leider können das nicht erreichen, solange die da leben. Und dadurch, dass das Geld nicht reicht. Aber, wie gesagt, die folgen das Ganze, aber, ja, also, ich hatte auch sogar Freunde gehabt, die auch Wettkämpfe damals gemacht haben und ich fand das auch trotzdem krass. Also, dadurch, dass ich noch nie kannte oder gesehen habe. Die Leute dort, kennen die dich, wo du herkommst aus Syrien jetzt? Wissen die oder Moritz Bodybuilder? Eigentlich, ich war, ich war, bevor ich mit Bodybuilding angefangen habe, in Damaskus irgendwann bekannter, quasi berühmt. Da hatte ich dann irgendwann jeden Wochenende die Halle für mich reserviert mit einem Freund und quasi du postest auf Facebook, dass an diesem Datum ein Party stattfindet. Und da schreibt man halt, dass Mädchen kostenlos rein darf. Ein Jünger muss so und so zahlen, bekommt einen Drink und da wird halt gefeiert, getrunken, getanzt. Genau, und dann auf Dauer wurde ich da bekannt, dadurch, dass ich Breakdance konnte, Techno tanzen konnte und dann gute Freunde, stabile Jungs hatte. Und dann waren wir halt jeden Tag auch sechs, sieben, acht Stunden unterwegs. Dann war ich irgendwann halt bekannt halt. Aber jetzt ist es ganz was anderes. Jetzt, wenn du jetzt mit Bodybuilding redest, da bin ich halt stolz daran, dass noch mehr, die mir folgen, auf was Gutes ist und nicht auf das andere, was ich gehabt oder gelebt habe. Welche Vorbilder hattest du damals, als du mit Bodybuilding angefangen hast? Also eigentlich am Anfang keine, außer an meine Mutter gedacht, dass sie mein Vorbild ist. Bis irgendwann, dass ich so weitergekommen und wollte ich dann einen Wettkampf machen oder so ein Bodybuilder werden. Und dann habe ich viel von Arnold gesehen und dann irgendwann, als ich dann an der Menz-Physik-Klasse gedacht habe, habe ich da viel den Jeremy Bonita gesehen. Jeremy Bonita, ja. Genau, der viermal Mr. Olympia, der hat mir gefahren. Also da habe ich ihm, da fand ich es geil und dann habe ich dann, weiß ich, noch die gleiche Hose, also die gleiche Badehose gekauft wie er und stand ich zum ersten Mal auf der Bühne. Mit wie vielen Jahren war das, dass du dich entschieden hast, du willst auf die Bühne? Mit 18 Jahren, da habe ich die deutsche Union gemacht. Menz-Physik, die war hier in Hockenheim. Da war ich so 100% natural. Ich habe noch an Stoff nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass sie auch da das nehmen dürfen. Und ich habe mich voll natural halt vorbereitet. Und was heißt vorbereitet? Das habe ich und mein Kumpel zusammen gemacht, gegoogelt, geguckt, wie man ja eine Vorbereitung macht. Diät habe ich sowieso ja gemacht. Trainiert habe ich auch jeden Tag. Cardio habe ich auch jeden Tag gemacht. Aber irgendwie, ich gucke halt auf Instagram, die haben einen krassen Bauch, die sind so richtig abgezogen. Wie geht das? Ich bekomme das nicht hin. Und dann kam der Wettkampftag da und ich bin hin. Beim Anmeldung haben wir uns ausgezogen und dann gucke ich so, wie geht das? Wie geht das? Und dann war ich halt sehr enttäuscht, bevor der Wettkampf begonnen hat. Da meinte mein Freund, sei stolz, du bist noch jung und natural. Ach, was ist natural? Ja, was denkst du da? Die sind voll auf Stoff. Okay. Und dann beim Bomben hinter der Bühne, bevor wir auf der Bühne standen, doch wurde ich halt angeguckt und hey, ist doch gut. Aber primär war ich begeistert, wie das Ganze ausgesehen hat. Also quasi mit Stoff und mit das ganze Zeug. Und da weiß ich noch, dass ich fünfter Platz gemacht habe von acht Teilnehmern. Quasi die Finale erreiche und dann fünfter Platz gemacht habe. Da steht hinter mir ein Pokal, ja, fünfter Platz. Das war mein erster Wettkampf. Und da hast du noch geglaubt, warst du noch voll in der Traumwelt, hast du gedacht, die machen das alle natural? Ja, also das war, wie gesagt, mein erster Wettkampf. Und nach diesem Wettkampf habe ich, ich wollte da weitermachen. Also deswegen dachte ich, okay, dann wartet mal ab. Ich werde auch was nehmen und dann sehen wir uns nochmal. Und das war dann 2018, diesen Wettkampf, den ich nicht als ein Wettkampf zähle. Es hat aber sehr Spaß gemacht. Er hat mich auch noch reifer am Kopf gemacht und noch mehr Hunger, dass ich nochmal auf der Bühne stehe. Aber irgendwie doch diesen Verband oder das Ganze hat mir nicht so gut gefahren. Was heißt nicht gut gefahren? Mein Ziel war, Profi zu werden. Und bei der DBVF kannst du da keine Pro-Card haben oder gewinnen. Und da meinten alle, ja, aber du kannst nicht gleich da anfangen. Du musst Step by Step, du musst erstmal Hessische machen, musst du den Namen machen, musst du Erfahrung sammeln. Und dann irgendwann kannst du dann halt beim Pro-Qualifier mitmachen. Ich habe einfach nur weiter trainiert, weiter trainiert, bis ich dann genau mich entschieden, Stoff zu nehmen. Wie lange hat das gedauert? Also wie lange hast du natural trainiert insgesamt? Insgesamt drei und halb Jahre. War das eine schwere Entscheidung für dich dann zu sagen, ich nehme jetzt auch was oder war dein Ziel einfach so groß und du hattest auch nicht mehr die Illusion, dass das alles natural geht, dass du gesagt hast, ey, um den Schritt zu machen, um Profi zu werden, geht es nicht anders, deswegen mache ich das jetzt. Genau, also, nein, also ob es schwer war, nein, also ich konnte mich entscheiden und ich musste nicht so viel denken, also ich habe davor halt viel gedacht, ich will das Zeug nehmen, dadurch ist mein Ziel Richtung Wettkämpfe und Profi werden. Und da, um realistisch zu sein, da kannst du sowas nicht erreichen ohne das. Genau, und dann war mir klar, dass es jetzt losgeht. Genau. Kann man das vergleichen mit Syrien? Also wie ist die Lage dort? Hier in Deutschland ist ja alles ein bisschen anders. In anderen Ländern, du gehst in die Apotheke und sagst, gib mir mal was und dann funktioniert das wahrscheinlich, oder? In Syrien, ja, genau. Also nicht bei jedem Apotheker. Wie gesagt, beim anderen Apotheker, sogar da konnte ein Schild stehen, wir haben Anabolika, bei dem anderen kann dich anzeigen. Aber ja, klar, es ist viel leichter, das zu bekommen. Es war halt ja nicht direkt, dass es illegal ist. Genau. Was kostet Stoff in Syrien? Ist auch billig wahrscheinlich, oder? Ja, auch billig. Das Ganze bekommen wir viel von Iran und kannst du mit 10 Euro, 15 Euro was kaufen. Es ist trotzdem teuer, wenn du das für jemanden, der in Syrien lebt. Okay. Ja, mit dem Gehalt teuer. Ja, 15 Euro ist für uns nichts, aber da kaufst du einen Schildcard für 15 Euro, aber da kannst du halt das oder so kaufen. Mhm. Ja. Verstehst du, warum die Leute da immer noch so ein Problem haben, heutzutage darüber zu reden? Weil du bist ja damals auch, ich sag mal, recht blauäugig zu diesem ersten Wettkampf gegangen und hast gesehen, die sehen alle richtig, richtig gut aus. Wieso sehe ich nicht genauso aus wie die? Und hast dann gemerkt, da ist ein bisschen mehr im Spiel. Warum reden die Leute nicht einfach drüber und sagen, ey, du kannst das so nicht erreichen? Was ist das Problem, glaubst du? Was meinst du genau? Dass die Leute nicht ehrlich sind. Also, dass man nicht von Anfang an mit offenen Karten steht. Dass die nicht ehrlich sind, dass die Stoff nehmen oder dass die nicht... Genau, ja. Aya kommt ja darauf an, wenn er das sagt, um eine Schuld oder einen Grund zu zeigen, dass er deswegen schlecht aussieht, obwohl er Stoff nimmt, das ist dann was anderes. Oder halt, wenn er halt egoistisch ist und der will halt ja nicht drüber reden und... Keine Ahnung, also... Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Also, für mich war halt klare Entscheidung... Es hat man ja gesehen, die Unterschiede zwischen natural und... Ich meine, mit natural habe ich... Also, sah ich sehr gut aus. Ja, du hast mir Bilder gezeigt. Vielleicht tun wir dir auf Instagram mal hochladen, die zu beantworten. Genau, also... Das war schon gut, ja. Ja, da kann man viel erreichen. Bis heutzutage gibt es ja welche, die natural sind und gut aussehen. Aber wenn du ja redest über Wettkämpfe und so weiter, da... Entweder halt machst du das weiter als Hobby, aber mit natural gehst du nicht hin und sagst, ich will Profi werden und gleich danach in der Muster-Roll-Umbien. Mhm. Wann hast du den ersten Pro-Qualifier gemacht? Also, wann bist du dorthin? In welchem Jahr? War das letztes Jahr zum... Ja, da warst du zum ersten Mal beim Pro-Qualifier. Genau, also... Äh... 2018 habe ich diesen... Äh... Union gemacht. Und... Äh... Dann erst 21... Mitgemacht. In Alicante letztes Jahr. Mhm. Also, ich wollte eigentlich 2019... Starten. Da habe ich sogar eine Diät gemacht, eine Vorbereitung. Da hatte ich einen Coach auch gehabt. Äh... Hab auch richtig... Dann habe ich dann ganz anders ausgesehen. Und dann vier Wochen vor dem Wettkampf, da... Da war der Dance-James-Klassik geplant. Vier Wochen davor habe ich mein Diät nicht komplett geschafft. Und äh... Dann bin ich halt in das Loch gefahren, wo... Mal gefressen, vier Tage wieder sauber gemacht, dann nochmal gefressen. Dann ging es mir sehr schlecht. Ich... Kann sein, dass es für mich... Dadurch das erste Mal das ganze Zeug nehme und sehr stark auf mein... Psycho geweckt hat. Und... Mhm. Ich habe es überlebt, aber es war nicht auf der Bühne gestanden. Ich war dann sehr, sehr enttäuscht, weil eigentlich 14 Wochen Diät gemacht habe. Davon waren dann sechs Wochen irgendwann eine Stunde Cardio am Tag, plus viel Hunger. Und dann irgendwann vier Wochen vor dem Wettkampf, ich sah eigentlich gut aus. Wie gesagt, vier Wochen vor dem Wettkampf, fast fertig. Es hat mir innerhalb drei Wochen gefehlt. Aber dann habe ich abgebrochen. 2019. 2020, da kam die Corona, wo dann viele Wettkämpfe abgesagt wurden. Da dachte ich, okay, noch mehr Muskeln, noch mehr Fleisch. Ja. Genau, genau. 2020 auch komplett Off-Season quasi. Und 2021 dachte ich, es ist jetzt zur Zeit, das ganze Muskeln zu zeigen. Das war das erste Mal, dass du bei einem Pro-Qualifier mitgemacht hast, war Alicante. Und da hast du auch direkt gewonnen. Genau. Also, ich habe davor am Samstag den Union, heißt das gemacht, Bodybuilding Union, bis 104 Kilo gemacht. Da habe ich dann gewonnen. Da wollte ich nochmal so gucken, wie das Bühnegefühl sich anfühlt, da zu stehen. Um das wichtige Tag, quasi den Sonntag, der Pro-Qualifier-Tag, da hatte ich eigentlich, ich hatte es drauf. Ich war null nervös. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mit gutem Form darzustellen. Am Sonntag, dann quasi am nächsten Tag, war der Pro-Qualifier-Tag. Und da war ich halt mit meiner Freundin da. Und ja, da ging es los mit Klassik-Physik. Da sind dann Klasse A, B, D, C. Ich bin dann in C, bei dem Schwert, also das ist je nachdem deine Größe. Und dann darfst du so und so wiegen. Genau, und quasi an dem Tag auch, habe ich meine Klasse gewonnen und den Gesamtsieg gemacht. Wie realistisch war es für dich, dass du die Pro-Kart an dem Tag holst? Also bist du mit dem Ziel dorthin gefahren und hattest du wirklich auch Chancen gesehen, dass du dort gewinnst? Oder wie war das vor Ort, das Gefühl? Ja, um ehrlich zu sein, also ich sage es mal so, nicht weil ich es dann gewonnen habe, sage ich das so, sondern das war wirklich so. Da habe ich auch meiner Freundin auch jeden Tag gesagt, es soll sich immer lohnen. Nicht einfach einen Wettkampf mitmachen. Und ja, das kostet dir Gesundheit, das kostet dir Geld, das kostet dir Zeit, das kostet dir vielleicht deinen Job oder deine Beziehung. Nicht gleich immer Wettkämpfe. Deswegen war für mich so lange nichts gemacht und gleich einmal richtig. Und in der Vorbereitung hat mich, also an mich geglaubt, hat auch mein Coach immer gesagt, den Roland. Lieber Gruß an dieser Stelle, habe ihm gesagt, das war dann eine Woche vor dem Portugal, wo ich auch mitgemacht. Ich habe immer ihm gesagt, wir machen am Sonntag in Alicante als Amateur und am Sonntag danach als Profi. Dann sagte er immer, machen wir so. Und ich habe mir daran geglaubt, es lief alles nach Plan. Sogar ich hatte ein Problem mit meinem Gewicht, mit meinem Limitgewicht. Ich musste bis unter 100 Kilo wegen, unter 100 Kilo. Und mit 106 Kilo, sagte Roland, es ist schade noch weiter D.I. zu machen. Ja, Muskeln verbrennen. Ist so. Und da habe ich auch viele Beine verloren und musste ich bis unter 100 Kilo. Der meinte, jetzt machen wir Bodybuilding. Das geht nicht. Klassikphysik, wenn du jetzt mit Armatur dein Gewicht nicht schaffst. Und dann war doch keine Klassikphysik, sondern Bodybuilding. Das wurde so entschieden in der Vorbereitung. Dann habe ich überlegt, doch nichts zu machen, weil eigentlich wollte ich Klassikphysik machen. Dann Roland sagte, nein, wir machen weiter, wir machen weiter. Dagmar auch, nein, wir machen weiter. Meine Freundin auch. Auch Bodybuilding oder Klassikphysik. Dann habe ich ihm gesagt, ja, mein Ziel war ja, hinzugehen, um zu gewinnen. Und wenn ich Bodybuilding mache, da fehlt mir noch viel Fleisch. Also mit 106 Kilo, das hört sich gut an, aber bei der offenen, da brauchst du mindestens 120 Kilo, um gut auszusehen. Mit meiner Größe noch. Dann sagte er doch Bodybuilding und dann habe ich mir Bodybuilding-Hose besorgt und meinte der Roland, jetzt müssen wir noch mehr Arsch trainieren. Und auf einmal halt ganz was anderes und dann so, okay, Bodybuilding. Und dann habe ich mir vorgenommen, vier Wochen nicht mehr zu arbeiten vor dem Wettkampf. Einfach nur wie ein Profileben quasi. Training, schlafen, Training, schlafen, Essen, schlafen. Und dann habe ich zum Glück die vier Wochen vor dem Wettkampf frei gehabt. Dann sagte Roland, dann nutzen wir die Chance und trainieren wir es zweimal am Tag. Morgens und abends. Das war auch ganz was Neues noch für mich. Plus Cardio morgens, plus Cardio abends und zweimal Krafttraining auch noch dazu. Dadurch wurde mein Stoffwechsel auch so brutal und dann habe ich doch mein Gewicht nicht geschafft und bin bei 103 Kilo. Dann hatte ich so Hoffnung, dass ich doch Klassikphysik mache. Und dann Roland sagte, ja, wir schaffen das. Und dann haben wir weitergemacht. Es startet wirklich so weh, dann jeden einzigen Schritt, jeden einzigen Kilo, den ich verloren habe. Aber trotzdem, ich war froh, dass ich doch Klassik mache. Und dann so weiter, bis ich 99 gewogen habe. Und ja, dann habe ich trotzdem Doppelstart gemacht, Bodybuilding und Klassikphysik. Und dann zurück zu deiner Frage, wie das sich angefühlt hat oder wie war das Ganze da. Zum Glück, ich war gar nicht nervös. Also ich war selbstbewusst. Da, eigentlich, da hast du, es war halt erleichtert. Also ich habe das Ganze ja hinter mir geschafft. Es fehlt mir noch jetzt nur noch Spaß auf der Bühne zu haben. Ja, ob ich gewinne oder nicht. Hauptsache, du weißt, du hast deine Aufgaben gemacht. Du hast wirklich hart trainiert und alles gegeben. Also warum jetzt Angst oder nervös sein und nicht mal gut auf der Bühne zu machen. Zum Glück habe ich auch genug Bosen geübt, dass ich auf der Bühne immer so schnell meine Bosen raus habe. Und dann, als wir dann dran gekommen sind, weiß ich nicht, wo die ganzen Athleten gekommen sind. Ich habe nur schwarze Klassikphysik-Hosen gesehen. Und dann, okay, also es waren wirklich viele. In jeder Klasse waren mindestens acht bis zehn Stück. Insgesamt waren wir also halt über vierzig Athleten der Klassikphysik, die um einen Profi-Kart kämpfen. Und bei manchen Athleten waren von Kuwait, die haben halt eine Gruppe dabei, sechs, sieben Personen. Der eine halt mit dem Handtuch macht vor ihm so. Also und ich war nur mit meinen Freunden da. Und ich war noch sicher und dachte ich, okay, es wird nicht einfach. Da waren auch manche, die über 30 Jahre alt waren. Ich habe nur auf mich konzentriert. Ich wollte, ja, einfach meinen Spaß haben. Und dann auf der Bühne halt wurde meine Nummer gesagt, dass ich in der Mitte stehen muss. Und ich schreite da meine Freundin und dachte ich, okay, jetzt geht es los. Es wird gekämpft. Ich stand in der Mitte, obwohl davor halt, ich habe mit ein paar Athleten gefragt, so wie alt bist du? Die waren begeistert auch, wie ich auch gesehen habe, dadurch, dass ich einen Tag davor in die Union gestartet habe. Und dann sagten alle so halt, mit Union, wie siehst du dann aus? Dann hat mir das noch mehr selbstbewusst gegeben vor dem wichtigen Tag. Und dann die Kampfrichter halt, habe ich da einen Eindruck gemacht, dass ich mit Union so ausgesehen habe. Und da haben mich gefragt, ob ich am nächsten Tag da bin. Natürlich, das ist mein Ziel. Und dann stand ich in der Mitte und bin ich in der Mitte geblieben. Und beim Blasierung quasi, wir sind wie gesagt A, B, C, D, Klasse D, die Letzte, die dann den Klassensieg gemacht. Dann war ich das. Und ja, da habe ich angefangen halt nicht mehr zu spüren, was ist jetzt hier passiert. Dann gehen wir nochmal zurück und dann die rufen mich, nochmal jetzt Gesamtsieg, bitte die Medaille halt ab, nochmal auf der Bühne. Da war ich noch am Schnaufen halt, ja. Ich habe eben mal in der Klasse gewonnen. Jetzt geht es um den Brocard und dann waren wir halt vier, den Gesamtsiegstieg und da weiß ich noch, dass ich nicht mehr konnte. Das ist wie gesagt, einer nach dem anderen gewesen und nach zehn Minuten gebost, sind wir wieder runter. Da sagte ich so zu Janine, ich habe schlechtes Gewissen, ich habe nicht gut gemacht. Er sagte, doch, du sahst doch besser aus, also du hast alles gut gemacht. Und dann sind wir nochmal auf der Bühne. Der Rest ist Geschichte. Ja, aber wie gesagt, also ich habe dann so den Brocard, ich habe zwar da geweint, aber ich weiß nicht, was ich da gefühlt habe. Es war wirklich krass. Das kann man halt nicht beschreiben, weil ich, es war alles so wunderschön. Ich glaube, das ist der schönste Tag meines Lebens, diesen Moment. Also es bleibt auch, ich bin mir sicher, ob ich jetzt irgendwann eine Büroshow gewinne. Trotzdem, diesen Tag, glaube ich, wäre der schönste Tag meines Lebens. Wenn du mal überlegst, du bist ins Fitnessstudio gegangen, nach Deutschland, ins McFit und ich habe dich gefragt, ob du Vorbilder hattest. Und du hast gesagt, eigentlich hatte ich keine Vorbilder, ich habe immer nur daran gedacht, meine Mutter, ich möchte es besser machen, ich möchte noch eine Wiederholung schaffen. Wie war das Gefühl, als du Mama dann gesagt hast, ich bin jetzt Profi? Eigentlich, ja, ich habe sogar hier ein Foto. Ich habe sie dann direkt angerufen, nachdem, sie war ja die ganze Zeit, sie hat ja für mich nur gebetet und an mich gedacht. Sie war halt so glücklich, dass ich auch meine Diät endlich geschafft habe und da, wo ich immer möchte, sein bin. Und ich habe sie dann angerufen und sagte ich ihr nur so, was soll ich dir sagen nur. Dann hat sie angefangen, nur zu weinen und ich auch dann halt. Ja, und ich habe sie wirklich glücklich gemacht. Also, die ist bis heute so stolz und sie wartet, dass ich auch eines Tages in der Olympia auch da mitmache. Wie hat sich das Leben verändert, nachdem du Profi geworden bist? Trainierst du anders, isst du anders oder ist es immer noch gleich? Ich weiß, das kann man auch nicht mit Worten sagen. Bist du eigentlich noch selbstbewusster? Du bist noch reifer noch im Kopf. Du weißt, du, eigentlich Training wird immer genauso trainiert sogar. Aber mit noch mehr Hoffnung, dass du bist in der richtigen Richtung. Du hast es einmal geschafft, dann habe ich nochmal jetzt dieses Gefühl, dass ich jetzt den längsten Wettkampf oder ich habe dieses Gefühl, dass ich eines Tages auch nochmal schaffen will. Dadurch, dass ich die ganze Zeit an diesem Moment dachte, dass ich ein Profi sein möchte oder in dieser Richtung und doch ist es wahrgenommen und geschafft wurde. Dann habe ich jetzt diesen Gedanken auch fest in meinem Kopf, dass ich auch nochmal das, was ich davon träume oder arbeite, werde ich es auch schaffen. So ist es jetzt mir. Genau und ich bin halt noch mehr reifer durch diesen Sport geworden und quasi automatisch, dann habe ich andere Sachen auch besser gemacht. Besser gedacht, besser gerechnet, besser geguckt und Bodybuilding für mich hat es halt für mich nicht nur trainieren und essen, sondern auch Leben umstehen, Gedanken auch. Da bist du konzentrierter, da machst du deine Arbeit auch gut. Wenn du einmal gut trainierst, dann musst du alles anderes auch gut machen. So ist es halt für mich das Ganze geworden. Kannst du sagen, was dich der Lifestyle, der Bodybuilding Lifestyle pro Monat kostet? Essen, Training, Supplements und so weiter und so fort. Ist es nochmal mehr geworden, seitdem du Profi bist, dass du nochmal genauer hinschaust, noch sauberer isst, noch bessere Lebensmittel? Ist das so? Eigentlich kommt drauf ja natürlich an, an der Phase, um Wettkampfvorbereitung, da gibst du am besten oder ja, da gibst du viel Geld aus. Aber ja, klar, also da kostet halt noch mehr. Also das hat mir mehr gekostet und jetzt, wenn du so rechnest, ist es ohne Wettkampfvorbereitung Phase, da muss ich zwischen Essen, Supplemente und so weiter und so fort. Unterschiedlich, aber im Limit zwischen 700 und 800 Euro im Monat muss ich da sein. Ich kaufe zwar immer noch, immer von Aldi, bevor ich Profi wurde und immer noch bis heute, mein Fleisch sogar von Aldi, mein Tata von Aldi, mein Hohn von Aldi und es hat doch funktioniert, warum soll ich es ändern? Da hast du recht, auf jeden Fall. Jetzt ist heute der 31. März, ich bin jetzt nicht so fit, was deine Religion angeht, aber ich weiß, es kommt Ramadan. Richtig. Da war ganz oft die Frage, wie machst du es als Muslim während der Ramadan-Zeit mit Training und Ernährung? Ja, also das ist übrigens nicht mein erster Ramadan. Ich habe jeden Ramadan mitgemacht. Es war ja anstrengend, aber irgendwann gewöhnt sich der Körper dran und macht mit. Im Ramadan wird abends trainiert und gegessen. Ich mache immer so, dass ich die ersten drei, vier Tage, zwei, drei Tage nicht trainiere, dadurch, dass der Körper so müde nach dem Fasten, dadurch, dass das Ganze noch neu vor meinem Körper ist. Und eigentlich, dann werde ich Ramadan halt halten. Es geht nur um Form halten oder Muskeln nicht zu verlieren. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich habe tagsüber geguckt, was ich alles verbraucht habe an Kalorien. Und dann Abend quasi die erste Mahlzeit auch am besten halt etwas Kleines, sage ich mal so. Kulendrate und Eiweiß, lieber kein Fett auch. Und eine Stunde gewartet und ins Training gegangen. Und da habe ich nochmal halt Kulendrate getrunken oder so und dann nach Hause und dann nochmal geguckt und gerechnet und was ich noch alles essen kann. Es war immer so schwer, dass die Kraft dann mir fehlt im Training, dadurch der Körper halt wenig Faser. Also es fehlt ja das Ganze, der Speicher ist leer. Von einer Mahlzeit kriegst du keinen Bomben oder so. Aber das ist halt ein Muss bei uns. Und sogar der Big Rami fastet. Also wenn der Big Rami fastet, der zweimal Mr. Olympia isst, dann sollte ich auch fasten. Du isst dann und trinkst den ganzen Tag nichts, bis es dunkel wird quasi. Fasten bei uns ist, sogar ich kann keine Spritze nehmen. Also Fasten heißt das. Du darfst nichts zu dir nehmen. Und nicht nur von Essen oder Trinken, sondern auch kein Sünden machen. Quasi du beleidigst nicht. Du machst kein Sünden. Alles was verboten ist, machst du es auch nicht. Das heißt nicht nur nichts essen und trinken, sondern alles gut machen. Um das Ganze genehmigt zu. Also genau. Und wie gesagt, das Ganze wird Abend zum Glück. Jetzt Ramadan kommt im April. Das heißt, es wird dann gegen 20 Uhr dunkel. Dann dürfen wir da essen. Bis 5 Uhr 30 dann. Und nächstes Jahr wird es auch noch 10 Tage früher. Irgendwann wird der Ramadan in Dezember kommen. Und dann ist es einfacher. Aber es geht immer nach hinten. Dann irgendwann wieder Sommer. Und dann ist es nochmal schwer. Kannst du dann noch schlafen? Oder versuchst du nachts dann deine Kalorien reinzubekommen? Richtig so. Also da versuchst du immer im Ramadan wie möglich weniger zu arbeiten. Oder nicht viel zu machen. Weil wenn ich die ganze Nacht ja wach bin, dann muss ich ja etwas länger schlafen. Jetzt habe ich hier noch eine ganz andere Frage auf der Liste. Du hast ja schon gesagt, du arbeitest mit einem Coach zusammen. Roland Sherlock. Richtig. Arbeitest du mit ihm in der Off-Season und in der Vorbereitung? Oder nur zum Wettkampf hin? Eigentlich war es geplant, auch die Off-Season mit ihm noch zu machen. Aber dann doch, als ich dann operiert musste in meinem Bauchnabel, da hatte ich einen Nabelbruch. Davor dann halt dachte ich, ich mache Pause. Jetzt werde ich operiert und dann einen Monat kann ich nicht richtig trainieren. Und danach muss ich halt drei, vier Monate mindestens in der Erholungsphase auch gehen. Dann habe ich dann Pause gemacht. Und wir haben dann gemeint, erst mal, ich muss noch was anderes schaffen, wie jetzt meinen Führerschein zu Ende bringen. Und das Geld auch zusammen, um die Verpflichtung wegzuzahlen, damit ich in Syrien irgendwann die Familie besuchen kann. Und quasi die Berührer, also diese ganzen Sachen halt in dieser kurzen Zeit zu schaffen, bis ich nochmal die Vorbereitung anfangen kann. Dann konnte ich halt eventuell zu ihm wieder. Wie ist Roland als Coach? Für dich die richtige Wahl, auf jeden Fall? Ja, also es hat ja funktioniert. Und eigentlich, ich habe Gott sei Dank das Ganze geschafft durch das kurzfristige Ziel. Und zwar den Formshake-Tag. Da haben wir immer alle zwei Wochen einen Formshake gemacht. Und dann habe ich mir ein Ziel gesetzt, das ist jetzt in acht Tagen, zehn Tagen, diesem Datum besser noch auszusehen oder mehr Ergebnisse zu haben an dem Formshake-Tag. Und dann jedes Mal haben wir uns gedrückt. Da hat es angefangen, halt Motivation, mich zu tanken. Und dann haben wir zusammen trainiert. Und dann gleich in der Formshake gemacht. Und zwar zum Glück jedes Mal positiv. Bis einmal, wo wir dann gedacht, das ist doch Bodybuilding statt Klassikphysik. Aber es war jedes Mal positiv. Und es hat mich halt voll gebuscht. Und dann war ich halt weiter konzentriert und motiviert, das weiterzumachen. Das ist der große Vorteil, dass ich ihn oft gesehen konnte. Bevor ich halt nach Roland geguckt habe, ich fand das mit dem Coach durch Laptop oder Handy oder Skype zu sehen, hat mir nicht gereicht. Ich wollte unbedingt hingehen, dass er mich sieht, dass er mich, dass meine Haut halt anfasst und guckt, wie viel Fett ich noch habe. Also, dass ich mit ihm reden kann, weil da brauchst du also reden. Das hilft dir auf jeden Fall in dieser Phase, wo du dann unter Stress bist. Und da ab und zu geht es dir wirklich nicht gut und da brauchst du wirklich reden. Und genau das war halt ein großer Vorteil, ihn zu sehen, zu können. Er hat mich angeglaubt und das hat mir auch große Motivation gemacht. Genauso wie meine Freundin hat auch an mir geglaubt. Und zurück zu der Frage, wer ist mein Vorbild eigentlich an dem Tag, wo ich dann Vorbereitung angefangen habe, war halt meine Freundin halt mein Vorbild. Sie hat es immer gut gemacht, sie hat es immer durchgezogen und ich habe immer, wie sie blind gesagt, also gesehen, wie sie disziplin ist. Sie hat, ob Off-Season oder Vorbereitung, immer auf ihr Essen extrem geachtet, auf ihre Bewegung extrem geachtet. Dass sie nicht so fett wird, dass sie immer, ja, sie hat es immer gut gemacht. Und frage ich mich, ey Mädchen, jetzt können wir ein bisschen Leben genießen. Und dann habe ich sie ein bisschen halt davon rausgenommen, dass sie nicht so streng sein soll. Das kann man halt das Leben genießen. Man kann noch drei, vier Kilo drauflegen und wenn man sowieso Diät macht, dann macht man ein paar Wochen Diät länger. Das ist ja. Und dann hat es dann halt funktioniert. Wir hatten halt erstmal das Leben genossen zusammen. Wir haben gedacht, jetzt wir genießen das Leben bis zum Moment, wo wir jetzt mit dem Diät starten zusammen. Es war geplant, ja leider wurde sie dann nach mir operiert. Deswegen doch hat sie nicht in Alicante mitgemacht, sondern drei Monate später nach mir. Aber trotzdem war sie da mein Vorbild und ich habe meine Kraft. Also eigentlich, sie hat das Ganze, sie war immer hinter mir und sie hat schon mein Essen immer gemacht. Sie weiß, wie das geht. Sie weiß, wie das sich anfühlt. Sie hat Verständnis. Sie weiß, wenn ich müde oder kaputt war, dass sie einfach, ja, trotzdem bei mir sein soll. Sie hat, genau, und das war also halt wie Vorbild für mich. Ich habe gesehen, wie Disziplin, das sie immer gemacht hat und ich wollte sie auch nicht enttäuschen. Genauso wie meine Mutter, genauso wie mein Coach, genauso wie mit mir selbst. Dadurch, dass ich zwei Jahre nichts gemacht habe und genau. Wie ist jetzt aktuell der Stand? Du wurdest operiert am Bauch. Muss nochmal operiert werden, hattest du gesagt. Ja, das ist der Scheiß. Also letztes Jahr bin ich operiert und angeblich, die wollten dann ein Netz reinmachen, damit es stabil bleibt und zu bleibt. Dadurch ist es ein extremer Bodybuilder, hat er das gesagt. Und nach der OP wach ich auf und meinten, ich darf gleich nach Hause gehen. Und die Ärztin redet gleich mit mir, da meinte sie, doch kein Netz rein. Nein, ich habe das Gefühl, dass ich es vergessen habe, rein zu machen. Ja, dann habe ich ihr gefragt, aber wieso kein Netz rein? Er sagt, ja, so jetzt ist es zu und der Wahn nicht so groß und so sollte es gehen. Also so funktioniert das. Du musst einfach vier Wochen nicht schwerer als zehn Kilo tragen. Dann habe ich das gemacht, was sie gesagt hat, in der Hoffnung, dass ich danach mit Vollgas halt, ja, weil du bist ja frisch Profi. Du willst ja, du bist nachher da noch Gas geben, ja. Und dann zack, diesen Abelbruch. Und okay, vier Wochen nichts gemacht und dann wieder ein bisschen Gas gegeben und dann gucke ich im Spiegel, da sind doch zwei Knobel über meinen Bauch. Und dann gehe ich wieder hin und sage, ja, ist aufgegangen. Dann habe ich ein MRT gemacht, um sicher zu sein, ob das ein Nabelbruch ist und sage, ja. Der ist zwar nicht groß, aber der kann größer werden. Gleiche Stelle wieder? Genau. Ich konnte aber trotzdem weiter trainieren mit diesem Bruch. Ich habe den bis heutzutage und ich habe jetzt am 21. April einen Termin beim anderen Chirurg. Da wurde ich empfohlen, dass er das gut macht. Ich werde eigentlich das mit ihm besprechen, ob das unbedingt zeitnah operiert muss oder konnte ich eine Saison machen und danach operieren. Das Ding ist, du musst so weiter denken, was ist, wenn Mittelvorbereitung, das mir extrem wehtut und muss not operieren, dann habe ich halt nur Scheiße gebaut. Tut es jetzt gerade weh? Ja, es ist unangenehm, es brennt, fühlt primär nach dem Beintraining oder wenn ich gegessen habe, aber es ist aushaltbar und es kommt und geht. Ich kann damit leben, also diese Schmerzen ist nicht mein Problem, aber ob das schlimmer wird, das ist dann ein Problem. Ja, aber es kann ja auch gefährlich werden. Es kann gefährlich werden und das Ding ist, du kannst nicht voll Gas trainieren mit dem freien Kopf. Du weißt, du hast einen Bruch in deinem Bauch und du bist nie sicher und das macht mich jetzt in der Zeit etwas depressiv, dass ich weiß, es kann ich nicht wirklich Gas geben, aber ich versuche es halt. Ja, jetzt sage ich jetzt, jetzt kommt sowieso der Ramadan, da trainiere ich auch nicht so voll Gas und gucken wir halt, was der Arzt hat. Wie ist die Tendenz? Willst du es eher machen lassen oder willst du es eher nicht machen lassen jetzt? Ich, dadurch, dass ich doch operiert bin oder wurde und doch nicht geklappt, ich habe keinen Bock, nochmal sechs Wochen nicht trainieren zu können und ich habe keinen Bock, diese Saison zu verbessern. Eigentlich hatte ich vor, im Helmst wieder zu starten. Wie sieht es aus optisch? Also kann man es sehen? Ist es arg schlimm? Auch wenn du jetzt auf der Bühne stehst, ist es ein Kriterium, wo die Kampfrichter sagen können, es sieht nicht gut aus? Ja, ich habe sogar vor zwei Wochen die Kampfrichter gefragt, ob das Aussehen eine schlechte Bewertung hat und keiner davon meinte, dass es eine schlechte Bewertung hat, außer wenn es sehr groß ist. Aber ich habe sogar ein Foto davon geschickt, wie es aussieht und die meinten, das ist nicht schlimm, aber die Frage ist, ob es ein Risiko geht, mit einem Bruch eine Vorbereitung zu machen. Und dadurch dann, wenn ich weniger Fettgewebe habe, konnte es noch sensibler werden und weiterbrechen. Im April lässt du gucken jetzt direkt beim Arzt. Genau, ich habe ein MRT gemacht, ich habe einen OP-Bericht von der letzten OP geholt und ich habe Hoffnung, dass er mir sagt, du konntest weiter trainieren und es ist nicht schlimm. Mit dieser Hoffnung gehe ich hin, aber wenn es sein muss, dann geht es vor, dann muss ich es leider machen. Kannst du noch mal sagen, wie groß du bist und wie dein Gewichtslimit in der Classic Physik ist? Du bist ja groß wahrscheinlich dann, oder? Ja, 1,83. Okay. Groß. Ähnlich wie Urs, oder? Urs ist 1,80. Mhm. Glaube ich. Ja. Wird immer ein bisschen größer gemessen, glaube ich. Da sind die nicht so streng, also da werden die deine Haare nicht so drücken, sondern halt bis zum Haarspitze. Ja. Aber man weiß nie halt, ob derjenige gut gelaunt heute oder nicht. Mhm. Äh, ja, aber ich darf bis 104 Kilo wiegen. Weil das hochgesetzt. Genau. Nicht so viel ist, aber trotzdem, man kann viel machen. Das Ziel ist, die 104 Kilo voll zu machen, mit natürlich halt ein guter, oder halt trotzdem, die Härte darf nicht fehlen, wenn ich sage, jetzt darf ich doch schwerer, quasi halt mit einer harten Form und 104 Kilo voll zu machen. Das ist das Ziel. Mhm. Wie schwer war es das letzte Mal? Hm, als Amateur, dann war ich am Wettkampftag 100 Kilo. Mhm. Und eine Woche später in Portugal kannst du nicht in einer Woche Muskel aufbauen. Klar. Kannst, ganz etwas halt, ja. Mehr Fülle. Mehr Fülle und diese Fake-Härte. Aber wir haben da, wollte Roland unbedingt, dass wir Härte haben, weil, wie gesagt, eine Woche kannst du nichts machen. Das zählt für mich auch nicht als richtiger Pro-Deboot. Eine Woche ist nicht. Mein Pro-Deboot halt, werde ich auch in den Top-6 träumen. Aber wenn die, also wenn ich gefragt wurde, was ist dein Ziel jetzt, wenn du mitmachst, dann sage ich die Top-6. Aber für mich halt Platz 1. Mhm. Wie schwer willst du das nächste Mal sein auf der Bühne? Also willst du die 104 schon haben? Roland meinte ja, du siehst mit 106 schon super aus. Ja, aber trotzdem heutzutage bei Klassikphysik brauchst du wirklich so viel Qualität. Muskelqualität muss da sein. Plus Härte, plus schmale Teile, plus, ja. Und wie gesagt, die Härte muss da sein, aber mit 104 Kilo kann ich noch anders aussehen, komplett anders, weil auf die Waage letztens war ich 99, wenn ich jetzt diesmal 103 auf die Waage werde, sind 4 Kilo Muskeln oder so. Genau, aber ob ich die 104 schaffe oder mehr oder weniger, das kann ich jetzt nicht wissen. Ich weiß jetzt, dass auf jeden Fall mit 120 Kilo Kader es viel besser aussehen als letztes Jahr mit 122 Kilo. Ich habe etwas Streifen am Arsch mit 120 Kilo, das habe ich noch nie gehabt. Also da fühle ich mich auf jeden Fall gut. Mit 120 dachte ich mir nicht, dass ich noch viel essen darf. Also eigentlich läuft es gut und ich bin selbst gespannt, wie ich dann halt in den nächsten Wettkampf auch sehe. Willst du irgendwann in die offene Klasse? Die Frage eigentlich, oder das habe ich mir schon gedacht, aber da kannst du nicht leider entscheiden, weil Essen kostet dir viel Gesundheit und kostet dir viel Geld und so weiter. Das ist die Antwort darauf, ob man Gesundheit mitmacht, um sowas anzufangen, weil das ist ganz was anderes jetzt, um logisch zu sein. Jetzt wenn du sagst, offene Klasse, willst du in der offenen Klasse mitmachen oder willst du in der offenen Klasse gewinnen oder was willst du bei der offenen Klasse machen? Ja, du willst gewinnen wahrscheinlich. Genau, aber wenn du ja denkst, mit der offenen Klasse zu gewinnen. Mein Ziel ist jetzt, wenn du mich fragst, was dein Ziel ist, in der Klassikphysik halt das Beste draus zu machen. Und ich glaube daran, dass ich mit der Klassikphysik, in der Klassikphysikklasse, jede schlagen kann, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr oder nach drei Jahren. Aber mit der offenen Klasse, falls ich jetzt hier mich zur Olympia qualifiziert habe, wenn soll ich schlagen? Big Rami oder Phil Heath? Also du musst ja logisch sein. Willst du offene Klasse, um einfach mitzumachen oder willst du da auch weiter an deinem Ziel? Ja, aber wie gesagt, wenn man Gesundheit mitmacht und ich sehe, dass die Klassikphysik nicht mehr für mich ist, dann könnte es eine Alternative für meine Bodybuilding-Karriere nach drei, vier, fünf Jahren. Falls ich kein offener und nach der Klassikphysik nicht mehr erreicht habe oder das Beste draus geholt und es hat nicht mehr funktioniert und mit Gesundheit ist nicht so stabil, dass ich auch mehr Muskeln aufbauen darf, dann wäre das Ende. Du müsstest schon sehr schwer sein für die offene Klasse mit 1,83 Meter, das sind ja Ronny Coleman Größe. Genau, also wie gesagt, wenn du jetzt logisch sein möchtest und da gehst, um zu gewinnen, dann musst du schon 130 Kilo haben. Das ist noch ein gutes Stück Arbeit. Eigentlich machbar, eigentlich machbar, aber zu welchem Preis eben? Zu welchem Preis und je nachdem, was meine Gesundheit mir sagt und natürlich mein Kontostand. Aber du sagst, wenn Kontostand und Gesundheit mitspielt, dann ja, aber du würdest es nicht machen und deine Gesundheit aufs Spiel setzen. Ich werde erstmal das Beste draus machen, der Klassikphysik-Klasse und wenn ich merke, ich habe nicht die Form, um der Beste da zu sein oder das Ziel zu erreichen, den ich mir denke, dann werde ich da gucken, ob in der Offene auch mitmache. Dann eigentlich bloß noch die letzte Frage, wann sehen wir dich denn wieder auf der Bühne? Was ist der Wettkampf, der geplant ist? Hast du schon was im Auge? Ja, ich habe und sogar sehr nah von mir, aber die Entscheidung ist, wie gesagt, nach dem Arzttermin, ob er mir sagt, du kannst eine Saison machen oder musst du direkt so schnell barriert werden, aber wenn, dann wäre das Ende Oktober hier in Frankfurt, Baby, also Dan James Classic. Dann ist James Classic, okay. Und dann wahrscheinlich auch noch, was danach noch kommt, oder? Genau, also wenn ich diese Saison mache, der Hauptgrund ist der Dan James, wenn sie stattfindet, dann werde ich auf jeden Fall, weil es ist eigentlich perfekt, also ich muss nirgendwo fliegen, ich mache sogar Farbe hier zu Hause, ich lade hier zu Hause, ich fahre hier los, dann bin ich 20 Minuten in der Halle und da sind viele Bekannten von mir, da quasi habe ich halt, die wollen mir anfeuern und das Heimspiel, genau Heimspiel, so zu sagen und daran, wenn ich denke halt, dann werde ich halt, ja, dann habe ich richtig Bock drauf, also und denke ich mir, denn Dennis James ist belegt, also es ist schon besetzt von mir, ja. Wir gucken, war die letzte. Ja, aber wenn es leider operiert muss, dann dieses Jahr, glaube ich, sind keine Wettkämpfe dann mehr geplant. Okay, dann musst du ja auch erstmal warten, wann ist der Termin für die OP, du besprichst ja jetzt erst im April und dann musst du erst den Termin machen und operieren, sechs Wochen Pause. Dann vergiss es, vergiss es. War die letzte Frage für heute, möchtest du zum Schluss noch irgendwas sagen, Richtung Zuschauer, Zuhörer da draußen? Eigentlich, ich habe nicht geplant, aber eins muss ich noch sagen, dass ich mich bei Ospidanten, dass ich ein Garnicus Athlet sein durfte. Ich habe mich wirklich gefreut und ich fühle mich wirklich super da und super zufrieden, auch sogar mit den Produkten und mit der Zusammenarbeit. Das wollte ich auch sagen und hier ist also mein erstes Sponsor und eigentlich, nachdem ich Profi wurde, habe ich mehrere Angebote bekommen, aber irgendwie halt Garnicus hat mich überzeugt. Also deswegen danke nochmal und ich möchte dir auch nochmal danke für die Anladung sagen und falls jemand, der mich nicht verstanden hat, halt wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, dass wie in Ukraine jetzt leider, die haben nie gedacht, dass sie jetzt eines Tages auf einmal flüchten müssen. und jetzt, wenn es jetzt einen Krieg in Deutschland geben würde und ihr befindet euch in Bolland oder in Belgier oder irgendwo, dann müsst ihr die Sprache lernen, dann frage ich mich halt nach sechs, fünf Jahren, wie das Ganze halt. Ja, ansonsten, das war es von meiner Seite. Ja, dann an der Stelle auch nochmal vielen Dank, Mo, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht, auch mal was ganz anderes zu hören und ich muss sagen, man hat dich sehr gut verstanden. Ich glaube, da wird es keine Probleme geben. Könnt ihr auch mal loben, die Kommentare schreiben dann, weil ich hatte gar keine Probleme zu folgen, euch wird es ähnlich gehen. Das freut mich. Ich bin ja gespannt, wenn ich den mal vor dir zu Arabisch lernen muss. Wie du dann, also wie dein Arabisch, wie dein Arabischen Funktional. Bakschisch, Bakschisch, kenne ich bloß. Das heißt immer hier Trinkgeld in der Ecke. Trinkgeld? Ja. Trinkgeld. Ja, gut. Mehr kenne ich nicht. Dann, Mo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich richtig gefreut. Geh mir nochmal. Und in diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcast. Danke auch, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Und bleibt gesund und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.